Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sinking Island. Wir sind hier stehen geblieben, wir wollten nämlich jetzt mit dem Herrn sprechen, ich hab schon den Namen wieder vergessen. Ikelle Mensch. Hier sind einfach viel zu viele Leute, als dass ich mir die Namen merken könnte. So, jetzt haben wir die Fingerabdrücke. Ich hatte nicht damit gerechnet und war natürlich ziemlich aufgekratzt. Anscheinend haben Sie finanzielle Probleme, Billy. Nein, nur ein paar kleine Spielschulden. Ich hörte, Sie wären gewissermaßen spielsüchtig. Das ist kein Geheimnis. Die Spielsucht ist stärker als ich. Wenn man Noland glauben kann, hatte die junge Baina Walter Jones verzaubert. Was wissen Sie darüber? Darüber weiß ich nichts. Mit Großvater habe ich mich so gut wie nie unterhalten. Und bestimmt nicht über Sex. Marco sagt, Ihre kindische Verantwortungslosigkeit belaste die Familie. Wie meint er das? Ich liebe meinen Bruder. Aber er sollte sich um seinen eigenen Kram kümmern. Ja, ich schulde meinem Schwiegervater Geld. Aber das geht ihm nichts an. Ich habe meine Geschwister nie angepumpt. Ich möchte mehr über Martin wissen. Martin? Ja, toller Kerl. Aber man darf ihn nicht zu sehr ärgern. Da ist er ziemlich empfindlich. Aber ansonsten ist er okay. Okay. So. Wir wollten die Fingerdrücke vergleichen. Hubert Nolan. Marco. Marco war das jetzt nicht. Martin. Billy. Billy war das, oder? Das passt nicht. Ich meine, das wäre Billy jetzt gewesen, mit dem wir geredet haben. Ja, ja, ja. Eigentlich die einzigen, die noch passen. Ich weiß, wer Hubert Nolan ist. Das ist der Anwalt. Marco. Martin. Nee, 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 nee. Ja. Dann bin ich die Fingerbedrückung. Ist das denn eigentlich mit S gemeint? Das sind jetzt die Aussagen. Ach, Foto. Solche Sachen zum Beispiel. Würde ich mal behaupten. Gut. Dann würde ich mal sagen, mit wem haben wir denn noch nicht geredet? Baina und Kolio würde ich sagen, dass wir da mal hingehen. Weil ich bin eigentlich so ziemlich überzeugt davon. Und von wem haben wir jetzt noch nicht die Fingerabdrücke? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stück haben wir. Und es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, dann fehlen uns wirklich nur noch von... Ah nein, du läufst völlig verkehrt, Freundchen. Dann fehlen uns nur noch von Baina und ihrem Vater die Fingerabdrücke. Würde ich da hingehen? Also erst fahren mit dem Fahrstuhl und dann gehen. So, das sind die ja. Oh, wann war es? Ist das denn? Das sind die Fußabdrücke der jungen Baina. So, dann möchte ich jetzt gerne mit Kolio reden. Ich brauche für die Untersuchung ihre Fingerabdrücke. Okay, Jack Norn. Danke. Verzeihen Sie, nur eine Frage. Geht ganz schnell. Hm. Bei denen haben wir jetzt ein bisschen was zu fragen. Was hat Lorenzo getan, nachdem ihn Jones damit beauftragt hatte, den Bau fortzusetzen? Lorenzo hatte sich zu fügen, auch wenn er wusste, dass der Turm im Meer versinken würde. Der Boden unter der Insel ist nicht fest genug. Diese Insel ist geschaffen für Hütten, mehr nicht. Von Architektur habe ich leider keine Ahnung. Daher wäre es nett, wenn Sie mir einige dieser Skizzen erklären. Da müssen Sie Lorenzo fragen, Jack Norn. Was hat Ihnen Walter Jones über sein Anwesen erzählt? Jones hatte viel Geld, Jack Norn. Aber keiner weiß, in wessen Hände es fallen wird. Dieser Turm auf dieser abgelegenen Insel, ist das nicht verrückt? Jones Turm hat meine Insel zerstört, Jack Norn. Meine Insel wird für immer verschwinden. Dieser Luxus. Einige haben einfach alles. Aber wo ist die Belegschaft? Ich sehe niemanden. Der alte Jones bat mich, Leute zu finden, die im Turm arbeiten könnten. Also fragte ich welche aus meinem Stamm. Später war er sie weg wie leere Krebspanzer. Warum wurde die Belegschaft entlassen? Der alte Jones gab einen Dreck auf die Männer, die ich zu kommen bat, um im Turm zu arbeiten. Diese Männer werden mir nie wieder vertrauen. Ich habe sie hintergangen. Verstehen Sie das, Jack Norn? Was ist danach aus der Belegschaft des Turms geworden? Sie gingen zurück in ihre Häuser auf den anderen Inseln. Walter Jones jagte sie wie Hunde fort. Ich war es, der sie hierher brachte, Jack Norn. Und deshalb sehnt sie natürlich wütend auf mich. Ein Hotel dieser Größe ohne Belegschaft? Das ist ein echtes Problem. Ich wollte nicht, dass diese Angelegenheit dazu führte, dass meine Freunde entlassen werden. Madiva hat mich bestohlen. Madiva hat mich betrogen, Jack Norn. Madiva hat mir ebenso geschadet wie dem alten Jones. Kümmert sich Ihr Anwalt gut um Ihre Interessen? Der alte Jones glaubte, wir seien zu dumm, uns zu wehren. Er dachte, er könnte hier tun, was er wollte. Aber diese Insel gehört uns. Niemand sonst. Walter Jones wurde übers Ohr gehauen. Hat er das Urteil angefochten? Die Madiva-Firma hat den alten Jones betrogen, weil sie das Geld behielt, mit dem Jones die Insel kaufte. Diese Insel gehört uns. So sollte es sein. Jones hätte so ein Urteil nicht tatenlos hingenommen. Was macht das Berufungsverfahren? Der alte Jones gab nie auf. So viel steht fest. Aber jetzt ist er tot, Jack Norn. Was wollte Lorenzo Battagliere letzte Nacht an den Felsen nahe der Schildkrötenplattform? Sie sind böse, Jack Norn. Lorenzo hat den alten Jones nicht ermordet. Er hat in der Nähe nach Hummern gefischt. Derzeit verfangen sich viele Hummer in den Fallen. Warum könnten sich Baina und Walter Jones gestritten haben? Fragen Sie Lorenzo. Mir ist gerade nicht danach. Ich hörte, Baina ist seit einem Unfall stumm. Was ist passiert? Baina war mit Jones zur Spitze von Hauita geklettert. Und sie stürzten. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Jones wollte nie meine Fragen beantworten. Und Baina spricht seit diesem Tag nicht mehr. Sonja sagt, Walter Jones wollte sie entschädigen. Wie hat sie das gemeint? Er baute einen riesigen Turm auf meiner Insel. Und zum Tausch dafür bekam ich gar nichts. Also sagte ich, das sei nicht fair. Wenn man Nolan glauben kann, hatte die junge Baina Walter Jones verzaubert. Was wissen Sie darüber? Meine Tochter ist rein. Wenn Walter Jones sie wollte, dann war es Walter Jones Problem, nicht ihres. Hubert de Noland sagte, sie wären ein Opportunist und ein Ärgernis. Ich weiß nicht. Ich war den ganzen Abend über mit Baina in unserer Hütte. Erzählen Sie mir etwas über Billy. Billy Jones ist bizarr, Jack Norm. Wenn Billy Witze macht, lacht Billy viel. Und Coolio versteht nicht, warum. Coolio versteht Billis Scherze nicht. Was halten Sie von Christina? Christina ist eine wunderschöne Frau, Jack Norm. Sie ist groß, stark, kraftvoll und gelenkig wie eine Ranke. Ich möchte mehr über Martin wissen. Martin? Sonja Jones' Mann? Ich kenne Martin nicht. Was können Sie mir über Marco sagen? Für den alten Jones war Marco ein geschenkter Götter. Marco ist der Enkel vom alten Jones. Und der Name der Familie wird durch Marco geehrt, Jack Norm. Was wissen Sie über Clara? Ich habe Clara sehr gern. Clara grüßt Coolio. Clara lächelt Coolio an. Clara ist eine gute Frau. Wenn das alles ist, was Sie zu sagen haben. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch weitere Fingerabdrücke. Das war die von Coolio. Hallo? Aber das werden auch nicht dieselben sein. Ich nehme stark an, dass es die von Baina sind. Und das mit den Fußabdrücken kann ich... Foto der Reifenspuren von Walter Jones. Foto der chaotischen Fußabdrücke. Und warum kann ich das nicht miteinander vergleichen? Ich muss doch hier auch da... Foto von Bainas Fußabdrücken muss ich doch auch haben. ...benutzen können. Also vergleichen können oder so. So. Baina, ich hätte gerne deine Fingerabdrücke. Jetzt. Was ist denn jetzt? Jetzt. Oder? Bitte. Bitte. Ich brauche für die Untersuchung Ihre Fingerabdrücke. Was können Sie mir über den Tod von Walter Jones sagen? Was hat er erwartet? Wie ist der Nagel abgebrochen? Baina, haben Sie sich gestern Abend mit Walter Jones gestritten? Seltsames Mädchen. Wie haben Sie Ihre Perlen so nah an Walter Jones Absturzstelle verloren? Stumme, fragt man nichts, was? Mhm. Ich bin nämlich auch. Hat er jetzt gesagt, Sie lügen? So. Bainas Fingerabdrücke sind wo? Da, Bainas Fingerabdrücke. Ja, das war klar, dass sie... ...zutreffend sind. Warum kann ich das andere nicht miteinander vergleichen? Also das nehme ich mal an, dass das so ist. Dann wahrscheinlich noch so eins. Und eigentlich würde ich gerne die Fußspuren mit dem Dings vergleichen da, aber... Blö ja anscheinend nicht. Ist ja nicht relevant, warum? Und dann halt die Aussagen. Aber wir haben auch noch nicht alle Hinweise. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. So. Und nun? Was mache ich jetzt? Mit Baina reden macht keinen Sinn. Ich habe die Fingerabdrücke. Ich habe den, ähm... ...die entsprechend zuordnen können. Und es war auch klar, dass es die von Baina sein würden. Jetzt habe ich aber dadurch wenigstens die Fingerabdrücke von allen anderen bekommen. Was eventuell auch hilfreich sein könnte. Jetzt ist noch die Sache, dass oben noch eine Gerätschaft ist, über die mich Lorenzo eigentlich aufklären sollte. Aber irgendwie gab es das nicht als Gesprächoption. Hm. Ist jetzt so die Frage, ne? Was könnte ich jetzt als nächstes? Ich frage mich natürlich auch, ob ich Baina hätte alles durch... ...also alle Sachen fragen können, weil sie hätte mir sowieso A, keine Antwort gegeben. Aber vielleicht hätte sie mir irgendwie... ...irgendwie sich anderweitig verraten. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich muss mal gucken, wo Lorenzo ist. Wo ist er denn hier als Bild da? Immer noch im Wirtschaftsraum. Dann gucken wir im Wirtschaftsraum nach. Der war... ...ich glaub 17... Ah ja, hier. Ich werde Ihnen nicht weiterhelfen können, aber fragen Sie trotzdem. Was hat Ihnen Walter Jones über sein Anwesen erzählt? Ich war nicht mehr Walter Jones Vertrauter. Er hat mir nichts erzählt. Also suchen Sie bei den Erben nach Hinweisnorm. Dort können Sie Ihre Neugier stillen. Mir ist nicht klar, warum Walter Jones den Turm nach diesem Urteil weiterbauen ließ. Ich verstehe das auch nicht. Ich wusste, dass es ein Risiko war, den Bau fortzusetzen. Aber was sollte ich tun? Ich war nur sein Architekt, nicht sein Anwalt. Walter Jones wurde übers Ohr gehauen. Hat er das Urteil angefochten? Man muss wissen, wann's vorbei ist. Mr. Jones war kein Lügner. Jones hätte so ein Urteil nicht tatenlos hingenommen. Was macht das Berufungsverfahren? Nolan ist ein alter Fuchs. Und die Inselbewohner mussten nach dem Urteil zu ihren Gunsten mit dem Schlimmsten rechnen. Warum könnten sich Baina und Walter Jones gestritten haben? Baina stand seit dem Sturz vor drei Jahren, bei dem sie verstummte, unter Schock. Mr. Jones war in den Unfall verwickelt. Baina war immer noch wütend auf ihn, das steht fest. Aber das macht sie nicht zur Mörderin, Inspektor Norm. Die Fingerabdrücke am Rollstuhl stammen von Baina, der schönen Stummen. Das ist keine Überraschung, Norm. Baina hat Walter Jones oft auf seinen Ausflügen begleitet. Erinnern Sie sich, Nolan letzte Nacht gesehen zu haben? Ich erinnere mich jetzt, dass ich ihn unten am Turm getroffen habe, nachdem ich die Hummerfallen eingesammelt hatte. Er hatte es sehr eilig und hat nicht mal Hallo gesagt. Danke für die Informationen. Er hat nicht mal Hallo gesagt. Mir geht da eine Frage im Kopf herum. Was hat Ihnen Walter Jones über sein Anwesen erzählt? Mein Großvater wollte uns von seinem Testament erzählen. Er sagte, dass meine Brüder und ich seine Erben wären. Vielleicht stimmt es, aber für mich ändert das nichts. Mich kann man nicht kaufen, Norm. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Und wo ist jetzt Nolan? Achso. Ist immer noch das da gerichtet. Ich will aber das da. Ah, guck mal. Da kam jetzt eine neue aus. Also ein Fortschritt, glaube ich, ne? Durch die Aussage von, ähm, von Lorenzo Battaglieri. Da, das da nämlich. Finanzielle Probleme. Dings. Lorenzo vertraut Nolan nicht. Und was sagt Nolan? Nolan hat gesehen, wie Lorenzo letzte Nacht von der Schildkrötenblattform weggerannt ist. Oder einfach so. Soll ich einfach mal zu Lorenzo... Achso, ich wollte ja gucken, wo der ist. Äh, nicht Lorenzo, sondern Nolan in der Bibliothek. Klingelt natürlich sein Telefon. Warte, warte, warte. Von ihr hat das Telefon geklingelt. Blöd. Hätte ich jetzt voll das Gespräch mithören können, ne? Ach, guck. Ne, sie hat nur auf dieses Dings geguckt. Ach, keine Ahnung. So, und dann haben wir ja noch das hier. Das ist ja auch noch so eine Sache. Da muss irgendwas dran. Das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Hm. Hm, hm, hm. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber gut. Hier war ja nichts weiter. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gehen wir nochmal zu Nolan. Da haben wir einen kleinen Wieg vor uns. War der die Bibliothek? Da war welcher Etage? Auf jeden Fall schon mal nicht in der neuen Zimmer. Das ist nur eine Etage drüber. 20 oder 21. Ganz oben. Ist das die Bibliothek? Ich brauche einen Schlüssel dafür. Okay, nee. Das ist irgendwas anderes. Ja, und ganz oben. Schon okay. Bitte treten Sie ein. Ganz oben war Lorenzo Batalieres. Studio. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Was hat Ihnen Walter Jones über sein Anwesen erzählt? Walter Jones ließ mich in dem Glauben, er wolle sich mit seinen Enkeln versöhnen. Er liebte sie trotz ihrer Fehler. Und er wollte für eine reibungslose Erbfolge sorgen. Warum könnten sich Baina und Walter Jones gestritten haben? Ich glaube, dass Baina Walter loswerden wollte. Sie hatte es gut geplant. Ich stehe ein bisschen auf den Schlauch. Was mache ich denn jetzt? Wo habe ich denn jetzt noch Hinweise? Oder Möglichkeiten? Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Beim Endeffekt habe ich ja noch diese... Ich muss Lorenzo fragen, wofür man die Maschine nutzt. Ich muss Lorenzo fragen, wofür man die Maschine nutzt. Schlüsselkarte, kleiner Block aus weißem Papier. Ich muss Lorenzo fragen, wofür man das hier benutzt. Oh, ich muss mal das Ganze irgendwie ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe jetzt gerade keinen so richtigen Anhaltspunkt, wo ich noch hingehen soll. Oder was ich jetzt als nächstes auslösen könnte. Und ja, ich werde sowieso einen Schnitt machen und ich werde das Ganze, wie gesagt, Revue passieren lassen. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, dann tschüss, eure Tay.